Hallo Freunde, vielleicht haben Sie schon von dem Kudlow Monster Huber gehört. Heute werden wir seine Existenz zeigen. Wir zeigen Ihnen die Aufzeichnung, die unser Team im Feld aufgezeichnet hat. Aber ich muss Sie in Wörrows warnen, dass es nicht vor schwangere Freund, Senioren und Schwachmannschen ist. Der Robin-Mapspecialist kommt jetzt. Auf dieser Karte können wir das Territorium von Huber erzählen. Es kommt aus einem Dorf namens Kudlow. Huber bleibt in den Woldern. Das Kudlow Monster ist gefährlich. Er esse Fleisch und Leute. Wir bringen Sie hierher in diesen Wald, weil wir aus einer unbekannten Quelle entdeckt haben, dass es ein Deckmal oder Totem gibt. Lass uns einen Blick darauf werfen. In diesem Wald können wir die Sehenswürdigenden der neuen Zivilisation. Sehen wir können sehen, dass dieser Wald Lauba werfend ist. Lass uns einen Blick darauf werfen. Gebrochenzweig. Es bedeutet etwas. Wir müssen näher kommen. Das hier war unsere Quelle für Schwämme, die hier ganz in der Nähe gefunden wurden. Etwas, das ich gehört habe, war wahrscheinlich nur ein Weg. Ich sehe etwas. Lass uns schnell jagen gehen. Das ist das Totem. Denkst du es ehrlich nicht als Kollege? Ich weiß, was es ist. Das ist eine Legende über die sagenennte Kräutung, nimmens Huber. Und wenn wir hier sind, sind wir ziemlich im Gefähr. Wir sollten Angst haben. Wir sollten laufen. Wir sind in Gefahr. Wir sind in Gefahr. Wir sollen wieder Carlten aufaan Eisen Message unternehmen. Lass uns d cooling. Töller 3 начала was nicht mehr so Larry. Mit uns aller Михaamos haben. Das war die Mitternachtung. Los geht nicht mehr. Wir haben wiederlungen es herum Pattern wie seitens für ein wiebeschrautendstechninein. Untertitelung des ZDF, 2020